Wo ist Tommy? Ist das, was dich jetzt bewegt? Auf den Kanal zu gehen? Lass auf ein Abo da! Dein Daumen ist backrad, dein Trinken ist jetzt klar, die Glocke ist am Start, hab doch einen geilen Tag! Einen wunderschönen guten Tag Leute, was geht ab? Mein Name ist Tommy, aber das wisst ihr mittlerweile, nicht wahr? So, und heute wird es ein bisschen abgefahrener als sonst, aber erstmal eine kleine Geschichte in eigener Sache. Die letzten Tage, beziehungsweise Wochen tatsächlich, gab es keine Videos oder Livestreams von mir. La 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 Livestreams, what the fuck? Jetzt fang ich schon an zu singen. La 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 live, la 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 live. Okay, lassen wir das. Livestreams von mir, das lag ganz einfach daran, ich hatte ein bisschen was zu tun, musste ein bisschen was regeln und brauchte auch einfach mal ein bisschen Zeit für mich selber, ne? Man kennt das ja, muss auch mal sein. Aber, das ist jetzt Geschichte, es geht ab jetzt wieder genauso weiter, wie ihr es kanntet. Und Livestreams am Wochenende, in der Woche Videos, easy peasy, chinesi. So, aber worum es heute geht, ist, wie gesagt, eine abgefahrene Geschichte. Wir werden uns heute kein Gameplay-Material angucken oder auch kein Tutorial, sondern wir werden uns heute ein Produkt angucken, was auf dem deutschen Markt noch relativ neu ist und so ein bisschen, wie soll man sagen, Zukunftstechnologie ist. Also, für mich war das eigentlich noch in weiter Ferne und jetzt ist es aber auf einmal schon da. Also, hey, why not? Dazu sei noch gesagt, ich kriege für dieses Video kein Geld. Das heißt, es ist kein Produkt-Placement. Alles, was ich sage und euch zeige, basiert auf meinen eigenen Erfahrungen und ist meine eigene Meinung. So, aber wovon redet der Typ da eigentlich, denkt ihr euch? Kann ich verstehen, denke ich mir auch manchmal. Heute geht es um Cloud Gaming. Ihr kennt vielleicht die Dienste GeForce Now oder auch PlayStation Now. Wenn nicht, ich erkläre es euch ganz kurz. PlayStation Now ist beispielsweise ein Dienst, wo ihr monatlich eine gewisse Summe bezahlt und dafür eine Spielbibliothek zur Verfügung gestellt kriegt. Denkt ihr euch jetzt natürlich, Xbox Game Pass EA Access ist nichts Neues. Ist es auch nicht. Allerdings gibt es einen gewaltigen Unterschied. Denn bei PlayStation Now müsst ihr die Spiele nicht erst runterladen oder installieren. Nein, ihr spielt sie direkt aus der Cloud. Das heißt, ein weit entfernter, bei PlayStation wird es wahrscheinlich eine PlayStation sein, spielt das Spiel und streamt das Bild zu euch, sodass ihr es nicht herunterladen müsst oder installieren, sondern einfach draufklickt und direkt losspielen könnt. Das gleiche gilt für GeForce Now, auch eine Spielbibliothek, blablabla, gleiches Prinzip. Jetzt gibt es aber allerdings noch eine weitere Variante dieses Cloud Gamings und das ist Shadow. Viel mehr als ein PC. Shadow ist ein leistungsstarker Gaming-PC, jederzeit auf jedem Gerät abrufbar. Beispielslose Leistung, wo immer du sie benötigst. Hä? Ganz einfach. Gleiches Prinzip wie PlayStation Now, GeForce Now. Mit dem großen Unterschied, dass wir hier keine Spielbibliothek zur Verfügung gestellt kriegen, sondern einen kompletten Windows 10 PC. Klingt komisch, ist aber so. Wir nehmen mal ein bisschen runter. Haben wir hier noch die Leistung eines High-End-Geräts immer an deiner Seite. Dank der Shadow-Apps wird jeder schwache PC, ein alter Mac oder sogar das Smartphone zur High-End-Windows-10-Maschine. Okay. Beginne ein Spiel vor dem Fernseher und beende es unterwegs. Arbeite mit 3D-Rendering-Software auf einem Tablet. Gib das Beste, was du zu geben hast. Immer. Klingt wahnsinnig gut. Das Ganze, seht ihr hier schon, ist für Apple, Windows, Android und dann gibt es hier noch, was genau ist denn das? Oh, Linux ist auch schon in der Beta und iOS ist auch in der Beta. Dann ist das hier für Mac und das hier für iPhones. Verstehe. Ja, hier gibt es ein kleines Video. Ich wollte jetzt eigentlich nicht, dass das sofort losgeht, aber gucken wir es uns einfach mal gerade an. Ja, gut. Das war erstmal relativ informativ, aber sind wir mal ganz ehrlich. Cloud Gaming übers Internet. Thema Input-Lags. Thema Qualität des Bildes. Thema deutsches Internet. Ausbau schwach. Ah, wir schauen mal weiter. So, was ihr bekommt, wenn ihr euch hier so einen Account macht und euch das Ganze bestellt, ist relativ simpel zu erklären. Wir gucken erstmal hier die Preise, weil das ist, glaube ich, immer das Wichtigste, was man haben möchte. Nicht wahr? Die Preise. Wir haben mehrere Varianten. Für 44,95 Euro im Monat könnt ihr das Ganze mieten, wenn ihr es monatlich abschließt. Für 34,95 Euro für ein dreimonatiges Abonnement oder für 29,95 Euro, wenn ihr euch entscheidet, das Ganze direkt ein Jahr zu benutzen. Ja, das ist natürlich, und ich weiß, wie ihr jetzt vor einem Rechner sitzt, es ist eine Menge Geld. Okay, willkommen bei Shadow. Ich bin Hans. Ein simpler Frage-Antwort-Bot. Du kannst mir einfach Fragen stellen, wie Preis, Latenz oder ähnliches. Ich gebe mein Bestes, eine Antwort zu finden. Danke, Hans, jetzt gerade nicht. So. Ist eine Menge Geld, aber wenn es tatsächlich so funktioniert, wie es hier gesagt wird, dann ist 30 Euro im Monat schon okay. Ja, dann gehen wir jetzt mal auf Technologie. Was haben wir denn hier? Entdecke unsere Technologie. Ja, das ist, äh, das ist wieder ein Video. Ne, das will ich mir jetzt nicht angucken. Gehe gerne nochmal zurück. Technologie. Und gehen einfach mal selber runter. So funktioniert das Ganze. Es wird hier bildlich dargestellt. Also es ist in einem Rechenzentrum ein Rechner, der per Datenübertragung zu eurem PC, eurem Handy, eurem Tablet, eurem Mac oder zu eurer Shadowbox, da kommen wir gleich auch noch zu, gestreamt wird. Und somit fällt halt Leistung auf eurem Rechner komplett weg. Ja, euer Rechner ist nur noch dafür da, das Bild darzustellen. So, wir gehen mal weiter runter. Da wird das halt nochmal, äh, gesagt. Immer das Beste vom Besten. So, und jetzt wird es hier nämlich interessant. Immer das Beste vom Besten. Shadow entwickelt sich gleichzeitig mit der verfügbaren Technologie weiter. Wir lösen jedes technische Problem und rüsten neue Bauteile für dich nach. In der Cloud. Du kommst in den Genuss der Leistung eines PC ganz ohne Wartungsaufwand. Das bedeutet letztendlich ja auch, sollte etwas an eurem PC kaputt gehen? Oder sollte euer PC mal zu schwach werden für ein Spiel? Habt ihr keinen Mehrkostenaufwand? Kein Ärger? Nichts? Shadow arbeitet für euch und korrigiert das Ganze, damit ihr die perfekte Leistung habt. Jetzt gerade in diesem Moment gibt es acht dedizierte Threads auf einem Intel Xeon Server. 12 GB DDR4 RAM. 256 GB Speicherplatz. Da kommen wir gleich auch noch zu. Nvidia GPU vergleichbar mit einer GTX 1080. 80 GB. Okay. Es klingt ja alles schön und gut, aber funktioniert das auch? Und vor allen Dingen, wie sieht das Bild dann aus? Um euch das zu demonstrieren, habe ich einfach folgendes gemacht. und habe mir gesagt, wir starten dieses Video hier einfach auf dem Shadow. Das ist die Frage so, hä, was? Bild sieht aus wie immer. Browser mal klein. Ist ein ganz normaler Desktop. Aber, es gibt einen gewaltigen Unterschied. Wenn ich eine Tastenkombination drücke, seht ihr folgendes. Das hier ist mein Desktop. Mein normaler Desktop auf meinem PC. Das hier ist mein Shadow. Habt ihr das gemerkt? Schreibt es mir in die Kommentare, seid ganz ehrlich. Habt ihr gemerkt, dass es der Shadow Desktop war? Also, ich persönlich, wenn ich hier sitze und lang genug davor sitze, blende ich es aus. Es ist, äh, es macht keinen Unterschied. Muss man so tatsächlich ganz ehrlich sagen. Aber, natürlich würde ich euch noch zeigen, wie das Ganze eingerichtet wird, wie das Ganze funktioniert, wie man sich verbindet. Und das machen wir dann jetzt einfach mal. Ja, und auch das ist tatsächlich denkbar einfach. Nachdem ihr euch einen Account erstellt habt und natürlich euch ein Abonnement ausgesucht habt, bestellt habt, bezahlt habt, habt ihr natürlich die Möglichkeit, euch die Anwendung runterzuladen. Da gibt es mehrere Varianten. Windows 32-Bit, Windows 64-Bit, Mac und Android. Und dann hier noch die Beta-Daten. Da haben wir auch nochmal Beta-Klienten für Windows, für Ubuntu, Mac. Mac, nochmal, Ubuntu ist auch erst in der Alpha und die Beta-App für iOS. Wir in unserem Fall haben uns natürlich hier diese Windows, ich habe jetzt mal die Stable runtergeladen, werde mir aber mit Sicherheit auch noch die Beta-Version angucken. Wenn ihr das gemacht habt, installiert ihr das ganz einfach, wie es, äh, ne, halt mit jedem anderen Programm auch ist. Aber wenn wir schon mal gerade hier sind, kommen wir noch kurz auf den Speicherplatz zu sprechen. 256 GB sind in der heutigen Zeit leiderweise nicht mehr wirklich viel. Na, wenn man bedenkt, so ein Battlefield, das hat schon 50 GB. Ich glaube, Star Wars Battlefront 2 liegt bei 80 GB. Da ist die Platte relativ schnell voll. Da habt ihr aber die Möglichkeit, hier unter Abonnement, euch 1 TB für 2,95 Euro pro Monat dazu zu buchen. Habe ich jetzt noch nicht gemacht, werde ich aber machen, weil 2,95 Euro für 1 TB ist, wie ich finde, ein verdammt guter Preis. Und in dem Moment, wo ihr die App runtergeladen habt und installiert habt, habt ihr hier auf dem Desktop dieses Shadow-Symbol. Ihr kennt das, ganz normale Verknüpfung. Und die öffnen wir dann einfach mal. Passiert folgendes. Anwendung wird gestartet. Ihr sucht kurz nach Updates. Wenn es keine gibt, wird Programm gestartet. Und wir sind im Shadow. Letzten Endes noch nicht in unserem PC, weil wir haben noch die Möglichkeit, hier ein paar Einstellungen zu machen. Für den Start haben wir Fullscreen-Modus. Den habe ich zum Start immer im Fenstermodus, so wie wir das gerade gesehen haben. Und das kann man dann mit Tastenkombinationen der Steuerung, Windows und F-Taste ganz gemütlich switchen in Vollbild und Fenster. Auf Mac ist es Option plus Command plus F. Ich kenne Mac leider nicht, deswegen ich weiß nicht, was das für Tasten sind. Dann können wir hier noch den Autostart aktivieren. Den habe ich auch immer aus. Ich mag das nicht, wenn ich mein Windows starte, sollen keine Programme mitstarten. Kommen wir hier zur Verbindung. So, da haben wir mehrere Möglichkeiten. Einmal automatische Bandbreite, die ich zum jetzigen Zeitpunkt tatsächlich noch nicht empfehlen würde, weil dieser Speedtest, der da mit eingebaut ist, der spackt noch ein bisschen. Der funktioniert meiner Meinung nach nicht richtig. Bandbreite, ganz wichtig. Natürlich ist dieser Dienst schwer von eurer Bandbreite abhängig. Wenn ihr keine Bandbreite habt, um das Ganze zu euch zu ziehen, das heißt, zu euch zu streamen, wird es problematisch. Ich habe jetzt eine 50.000er Leitung und gehe jetzt mit 30.000 vom Shadow zu mir. Das heißt, ich lade das mit 30.000 runter. Das habe ich für mich so eingestellt. Hat für mich bis jetzt die besten Erfahrungen gemacht. Natürlich könnte man jetzt auch sagen, hier, okay, wir gehen noch auf 40. Macht da aber keinen großen Unterschied. Deswegen gehe ich auf 30. Ist gechillt. So, Mikrofon einschalten kann man hier auch noch machen. Befindet sich auch in der Beta. Funktioniert mit meinem Razer Siren bis jetzt leider noch nicht. Muss ich auch so sagen. Aber ich bin guter Dinge, dass das bei Gelegenheit dann auch alles passen wird. Mehr gibt es hier nicht. Gehen zu Video. Da habt ihr noch das alternative Color Rending. Habe ich bei mir auch aus, weil das Bild meiner Meinung nach dadurch ein bisschen blasser wird und mir nicht so gefällt. Wir haben den H265 Encoder. Der soll eine bessere Bildqualität bei niedriger Bandbreite bieten. Ist in meinem Fall nicht nötig, weil die 30.000 reichen aus, um das Bild sehr hübsch zu machen. So, automatische Auflösung haben wir hier noch. Passt die Auflösung von Shadow automatisch an die Auflösung ihres Bildschirms an. Das heißt, ich starte das Ganze. Mein Bildschirm hat eine Auflösung von 1080p und Shadow skaliert automatisch auch da drauf. Und der letzte Punkt hier ist Diverses. Da gehen wir dann auch einmal drauf. Da haben wir hier einmal USB über IP. Aktiviere diese Option, um deine Feriferie mit Shadow zu benutzen. USB-Stick, Drucker, bla bla bla. Ich habe das bei mir aus. Tatsächlich funktioniert bisher jedes USB-Gerät. Bis auf das Razer Siren fällt mir gerade ein. Vielleicht sollte ich bei Gelegenheit mal anmachen und mal gucken, was dann passiert. Funktioniert alles. Der Joystick geht. Paket, Maus und Tastatur funktionieren. Perfekt. TCP-Audio, kein Paketverlust mehr für Audio und Mauszeiger. Habe ich bei mir auch aus, weil ich habe kein Paketverlust. Und TCP-Input, kein Paketverlust mehr für Mauszeiger und Input. Die Latenz könnte abhängig von der Internetverbindung steigen. So, habe ich auch aus, weil ich will nicht, dass meine Latenz steigt. Und ich habe auch so keine Probleme. So, die Language von der Shadow App ist Englisch. Steht hier trotzdem alles in Deutsch. Deswegen habe ich es einfach mal so gelassen. Ja, und wenn ihr das alles eingestellt habt, so für euch, wie ihr es benötigt, gibt es eigentlich auch nichts mehr, was euch auffällt, auf diesen Knopf hier zu drücken. Wir drücken da jetzt einfach mal drauf. Und dann geht das los mit Shadow wird zugewiesen. Shadow wird gestartet. Warte auf Video. Es tut ein Geräusch. Und da ist unser Desktop wieder. Den kennen wir schon vom Anfang des Videos. So, dann drücken wir Steuerung Windows F, sind dann hier in diesem Vollbildmodus und haben unseren Shadow PC zur Verfügung. Die Frage ist jetzt, was können wir jetzt mit diesem Shadow PC eigentlich machen? Und die Antwort ist komplett simpel. Alles. So, alles, was ihr mit eurem Rechner zu Hause machen könnt, könnt ihr auch mit dem Shadow PC machen. Es gibt tatsächlich, und das muss auch so gesagt werden, der ist, ich will nicht sagen irreführend, aber die Aussage ist halt immer, dass es ein normaler PC ist und ihr alles damit machen könnt. Es gibt allerdings trotzdem ein, zwei Einschränkungen. Es gibt in den Verhaltensregeln beispielsweise die Sache, dass Bitcoin Mining mit diesem Rechner nicht erlaubt ist. Verständlich, weil absolut schädlich für die Hardware. So, ein VPN solltet ihr auf diesem System natürlich auch nicht installieren, weil dann verliert ihr die Verbindung zu Shadow und könnt sie auch nicht mehr aufbauen, weil er seine IP wechselt. Ihr wisst, wie das läuft. Aber ansonsten habe ich bisher mit keinem Programm irgendwelche Probleme gehabt. Ihr seht das hier, ich kann da mal draufklicken. Ich habe Steam installiert, PlayerUnknown's, Battlegrounds, easy peasy. Ich habe Epic Games installiert, Fortnite, ich habe EA Origin installiert, Battlefield. Es ist schon alles so weit drauf und ja, es ist latenzfrei. Zumindest hier im Desktop jetzt erstmal. Das ist, als ob ich meinen eigenen Desktop benutze. Da kann man auf jeden Fall nicht meckern. Was ich euch jetzt aber zeigen will, ist ein weiteres Feature von Shadow. Hier steht es nochmal. Was das Ganze auch sehr interessant macht. Ich habe euch eben erzählt, ich habe eine 50.000er Internetleitung bei mir zu Hause. Was zur heutigen Zeit leider nicht mehr wirklich schnell ist. Jetzt bin ich aber ja gerade hier mein PC mit dem Shadow verbunden und der hat eine etwas schnellere Internetleitung als ich es habe. Wir gehen dafür mal auf speedtest.net. Ja, 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 machen wir so. Und klicken hier einfach mal auf los und ihr werdet dann sehen, was passiert. So, wir haben ein Ping von 4 Millisekunden zu diesem Server. Und eine Downloadgeschwindigkeit von... Ah, vielleicht kommt da noch ein bisschen mehr. Eigentlich egal, weil ich denke, das reicht. Eine Downloadgeschwindigkeit von 941.000. Eine Uploadgeschwindigkeit... Warte, das kommt gleich. Von 105.000. Speedtest für Windows ausprobieren. Ich möchte bitte das nicht. Danke, keine Werbung. So, das sind natürlich Werte. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob es einen Anschluss, einen privaten Anschluss in Deutschland gibt, der diese Werte toppen könnte. Aber das Ganze eben schon mal auf wie ist meine IP gemacht und war mit diesen Werten Platz 5 in der Weltrangliste. Also, hey, why not? Ping von 4 ist natürlich ideal. Warum? Da kommen wir gleich nochmal zu. Downloadgeschwindigkeit ist immens. Also, ich habe gestern Battlefield in 5 Minuten runtergeladen und das sind 40 GB. Und Upload ist natürlich auch ultra. Wenn ihr bedenkt, ich habe jetzt gerade hier zu Hause eine 50.000er Leitung. Das heißt, mit meinem Shadow lade ich doppelt so schnell hoch, wie es mein Heim-PC schafft, runterzuladen. Kommen wir jetzt aber zum eigentlichen Thema, wofür man sich so ein Shadow holen würde. Die Firma Blade, das ist die Firma, die hinter Shadow steht, wirbt hier ganz klar damit, dass man ihn zum Zocken benutzen soll. Ja, das ist glaube ich also, so wie ich das sehe, dass die Hauptklientäre gerade von Shadow sind Gamer. Gamer, die einfach keinen leistungsstarken Rechner zu Hause haben oder sich keinen leistungsstarken Rechner nach Hause stellen möchten, für die ist Shadow oder soll Shadow die Alternative sein. Kann das funktionieren? Das werden wir jetzt mal gucken und dazu würde ich sagen, welche Spiele wollen wir starten? Ich würde sagen, wir starten Origin für Battlefield. Vorher gucken wir uns aber noch etwas an und zwar, das ist hier diese Shadow App, die dann auch auf eurem Shadow noch drauf ist. Hier habt ihr nämlich auch noch ein paar Möglichkeiten. Ihr könnt ja die Shadow Diagnose teilen. Habe ich jetzt deaktiviert. Das ist glaube ich standardmäßig deaktiviert. Windows Updates aktivieren, die habe ich jetzt noch aus. Die Mausempfindlichkeit hier noch ein bisschen einstellen. Da müsst ihr ein bisschen rumspielen. Hier könnt ihr noch die alternative Farbwiedergabe, die kann ich euch mal anmachen. Seht ihr, das Bild wird meiner Meinung nach ein bisschen blasser. Mir gefällt es so nicht. Automatische Bildschirmauflösung ist hier deaktiviert, obwohl ich es im Launcher selber aktiviert habe. Und hier habt ihr auch noch mal die Verbindung. Ihr könnt hier in Echtzeit einfach die Verbindung auf 40 stellen und wuppdiwupp macht er es mehr. Aber wir lassen das auf 30. Automatische Qualität bleibt bei uns wie gesagt aus. Und hier ist noch mal dieser H-265-Encoder. Ich kann den auch mal anschalten. So. Für mich kein wirklicher Unterschied, muss ich tatsächlich sagen. Deswegen habe ich ihn aus. So. Wenn wir das alles eingestellt haben, kommen wir jetzt noch zum Ping. Das habe ich gerade noch gesagt. Wir hatten einen Ping beim Speedtest von 4. Das ist aber natürlich nicht euer Ping. Das müsst ihr beachten. So. Der Ping von eurem Computer zum Shadow ist wieder ein anderer. Den könnt ihr aber auch hier im Control Panel einsehen. Da geht er hier auf Statistiken. Dieses wundervolle Fenster. Dort haben wir einmal die Bilder pro Sekunde, die gerade dargestellt werden. Das ist im Desktop-Betrieb natürlich keine Bilder pro Sekunde notwendig. Die Bitrate. Da arbeitet Shadow auch ganz gut mit, weil, wenn es jetzt wie hier der Fall ist, dass im Prinzip gar nichts übertragen wird. Bis auf ein Bild fährt er die Bitrate runter. Sehr gut. So. Und dann haben wir aber das Wichtige. Das ist die Latenz. Das ist euer Ping von eurem Home-Computer zu Shadow. Der ist jetzt bei mir auf 26. Okay. 27, 26. So was rum. Das heißt, die rechnen wir natürlich drauf. Wenn wir jetzt die 26 nehmen und den 4er-Ping von Dings, dann haben wir jetzt einen Ping zu dem Server eben von 30, könnte man sagen. Pi mal Daumen. Ob das so genau ist, kann ich euch nicht sagen. 31, wenn es die 27 sind. Aber so natürlich. Und das ist ein wichtiger Wert. Natürlich ist eure Verbindung und eure Latenz von genau diesem abhängig. Ja. Und, äh, wenn ihr das alles gescheckt habt, alles funktioniert, dann können wir auf Battlefield klicken. Vorher können wir uns natürlich noch den Vollbildmodus drücken. Das nicht. Erst klicken wir hier rein. Dann klicken wir den Vollbildmodus. Und was auch noch ganz wichtig ist, wenn ihr gamet, drückt ihr nochmal STRG, Windows und G. Nicht Auto. Verschlossen. Jetzt ist die Maus geschlossen. Das heißt, sie kommt hier aus diesem Bildschirm nicht mehr raus. Wäre ein bisschen doof, wenn ihr nach rechts geht und auf euren zweiten Monitor geht und wollt gerade einen abknallen, ne? So, jetzt klicken wir auf Battlefield. Und, ähm, ich werde jetzt nichts schneiden. Wir werden uns das jetzt in Echtzeit angucken. Wie lange braucht der Shadow, um Battlefield zu starten? Ich habe hier nebenbei schon mal Frips aufgemacht, damit wir auch gleich die FPS sehen können. Und, ja, da geht es auch schon los hier. beim Spielen chatten. Ja, Origin mache ich. Natürlich. Während ich in Battlefield bin und gerade mit meinem Bomber durch die Gegend fliege, werde ich natürlich chatten, man. Das ist doch gar keine Frage. So. Let. Battlefield 5, Electronic Arts. Das ging ja eigentlich schon mal relativ flott. Mal gucken, wie lange wir jetzt an diesem Bild hier sitzen. Okay. Passt. Perfekt. So, wir haben jetzt 95 FPS hier in der im Menü, könnte man sagen. Und gehen jetzt mal gucken, auf was habe ich das jetzt eigentlich eingestellt hier. Erweitert. Okay, ich habe es jetzt auf Mittel. Genau, ich hatte nämlich gestern Abend schon ein bisschen getestet. Ich habe hier alles auf Mittel stehen. Habe eigentlich die vertikale Synchronisation aus. Future Frame Rendering habe ich an. Bei Frameraten Begrenzung auf 200. Wurscht. High Dynamic Range habe ich auf Auto. Direct X 12 habe ich hier ausgemacht. Weil ich nicht genau weiß, ob die Karte das überhaupt kann. Auflösungsskala habe ich auf 118. Sieht ein bisschen schöner aus. Gehen wir mal zurück. Jo. Und es ist auf jeden Fall relativ schnell gestartet. Und jetzt wollen wir aber natürlich mal gucken, wie ist es im Spiel. Jetzt frage ich mich, gehe ich in ein Multiplayer. Ich gehe direkt in ein Multiplayer-Gefecht und gucke mir die Latenz an. In der Auferoberung spielen, suchen uns ein Spiel und sobald es losgeht. So. Und wir haben ein Spiel gefunden. Wir spielen auf Vernichtung Eroberung. Das ging relativ schnell jetzt mit dem Laden. So. Und ja, gucken wir mal. Wir sind als allererstes zeige ich euch was. Ich habe gerade dann doch nochmal umgestellt und habe das Ganze auf Ultra gestellt. Bei 100% Auflösungsskala. Wir machen direkt den Volltest hier und gucken, was los ist. Ich nehme jetzt einfach mal hier den Sanitäter und gehe hier voll in die Schlacht. Oh. Und bin direkt tot. Ihr seht, wie gesagt, oben links könnt ihr die FPS sehen, die zur Zeit am Start sind. Nein, belebe mich doch nicht wieder. Ich bin noch gerade am Reden. Okay, alles klar. Belebe mich halt doch wieder. Und den haben wir... Oh! Oh Gott. Ah, ah, ah. Ich musste nachladen, aber tut mir leid. So, weil wie viel FPS immer? Jetzt 80 so. Ist es natürlich beim Zocken selber immer ein bisschen komisch, da rauf zu gucken und das zu überprüfen. Wir gehen jetzt mal vielleicht wohin, wo es jetzt nicht gerade so viel Action ist, damit wir Zeit haben, das ein bisschen zu überprüfen. Und dazu gehen wir einfach in unsere Hauptbase hier rein. Und sind jetzt hier mit guten FPS eigentlich. Also über 60 sind wir jetzt zur Zeit. Und es sieht einfach wunderschön aus, muss ich sagen. Wirklich sehr schön. Ich denke, wenn wir es jetzt von Ultra tatsächlich auf Mittel stehen haben würden. Ja, genau. Komm doch. Lass mich doch zufrieden. Ich bin doch hier gerade. Ich unterhalte mich doch hier gerade und du kommst und knallst mich ab. Wie unhöflich bist denn du eigentlich? So, ähm. Auf Mittel wären mit Sicherheit noch mehr FPS drin. Ganz eindeutig. So, dann gehen wir jetzt aber nochmal irgendwo hin und checken nochmal hier richtig die Krawalle. Oha. Also es läuft wahnsinnig flüssig. Die Mausverzögerung ist für mich nicht vorhanden. Na, ich hab ihn abgeknallt. Ich hab ihn abgeknallt. Da kommt noch einer. Gut. Aber es funktioniert, Leute. Also das muss man ganz klar sagen. Es funktioniert. Und ich hab kein Problem. Ich würd jetzt auch einfach die Runde erstmal wieder ausmachen, weil wir wollen jetzt hier nicht in der kompletten Runde Battlefield spielen. Wir wissen, die kann bis zu 30 Minuten dauern. Das wär vielleicht ein bisschen viel. und dann kommen wir jetzt auch schon zum Fazit, würd ich sagen. Ähm, es begeistert mich. Drücken wir es mal so aus, es begeistert mich auf jeden Fall. Es läuft sehr stabil bisher. Es läuft sehr gut bisher. Ich hab allerdings auch noch nicht im Dauertest getestet. Also ich werde heute eine ganze Weile denk ich mal zocken und dann werd ich mir das nochmal genauer angucken. Aber der erste Eindruck ist bombastisch. So, ähm, kommen wir zur Werbung, die Shadow macht. Sie werben mit einem High-End Gaming PC und keinem Unterschied zwischen einem PC und einem Shadow. Beide Aussagen finde ich für meinen Teil nicht falsch, sondern irreführend. Erste Aussage ist der High-End Gaming PC. Ähm, das ist er nicht. Es ist kein High-End Gaming PC. Also wenn ich jetzt von einem High-End Gaming PC rede, rede ich nicht von einer 1080, also von einer GTX 1080, sondern dann reden wir ab GTX 1080 Ti Aufwert. RTX ist das Stichwort hier. Das ist High-End Gaming und das bietet der Shadow nicht. Ähm, ansonsten performt er ganz gut als Gaming PC. Ich würde da an einer Shadow-Stelle vielleicht tatsächlich Gaming PC schreiben und nicht High-End Gaming PC. Dann kommen wir zu der Aussage, die besagt, ähm, dass es quasi ein Rechner ist, mit dem man alles machen kann, was man mit seinem Home-Rechner auch machen kann. Diese ist auch leicht irreführend, weil es halt einfach nicht so ist. Wir hatten dieses Thema mit den VPNs und dem Bitcoin-Mining und, äh, anderen Sachen, die man halt hier einfach nicht machen darf. Äh, ist aber so eigentlich in Ordnung. Könnte man aber anders formulieren. Ja, und ansonsten, wie gesagt, also ich bereue den Kauf oder die, äh, das Mieten dieses Systems absolut nicht. Am Wochenende werden die ersten Stream-Tests stattfinden. Das heißt, wir werden am Wochenende von dem Shadow aus, äh, live zu YouTube streamen, auch hier auf dem Channel, ihr kennt das, und werden da mal gucken, wie das Ganze läuft. Ja, wenn ihr jetzt natürlich, und jetzt kommt noch ein bisschen, äh, Eigenwerbung hier, he he, muss natürlich auch sein, wenn ihr jetzt natürlich sagt, ey, das interessiert mich, ich hätte da auch Bock drauf, ich habe die Leitung dafür, ich habe aber leider nicht den Rechner, um solche Spiele zu spielen, dann könnt ihr euch natürlich auf, äh, Shadow ein Account erstellen und das kaufen, und wenn ihr dann den unten in der Infobox stehenden Freundschaftscode benutzt, bekommt ihr sogar noch 10%, äh, 10%, warte Blödsinn, 10 Euro Rabatt auf eure erste Bestellung, und ja, das muss natürlich auch gesagt werden, ich kriege dann auch 10 Euro. Ja, so ist das halt. Bisschen Eigenwerbung muss auch sein. Jetzt, äh, hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat, wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben, äh, wenn es euch nicht gefallen hat, gebt einen Daumen nach unten, aber dann seid ihr halt uncool, da müssen wir damit leben, und wenn ihr Bock drauf habt, haut doch noch auf den Abo-Button. Solltet ihr weitere Fragen zu diesem ganzen System haben, habt ihr zwei Möglichkeiten, das ist einmal der offizielle Shadow Discord, den ich auch verlinken werde, dort findet ihr wahnsinnig, äh, kompetente Leute, tatsächlich der Discord ist allerdings, muss man so sagen, von der Community, das heißt, offizieller Support, äh, gibt es hier nicht, aber wir können ja mal ganz kurz da reingucken, das ist hier, ist eben dieser Discord, fünf neue Nachrichten, hier geht die Post ab, sag ich euch, das ist der Wahnsinn, ihr habt hier halt, äh, die Plauder-Ecke dort, wird sich unterhalten, ihr habt aber hier auch den Community Support, wie gesagt, dort findet aber Community Support statt, mit allerdings relativ kompetenten Leuten, wenn wir uns mal den Simpel angucken, der hat eigentlich auf jeder Frage eine Antwort, ich bin dort auch vertreten, also, wenn ihr da noch Fragen habt, ich verlinke euch das Ganze in der Infobox, hier habt ihr noch, äh, Gaming, hier wird diskutiert über Spiele, wie sie laufen, Shadow up, Laude-Ecke, kommt auf diesen Discord und fragt auch, was ihr für Fragen habt oder schreibt sie halt in die Kommentare, das geht natürlich auch, ihr habt ja auch, äh, Shadow Stuff, das sind tatsächlich Mitarbeiter von Shadow, ihr habt den Malte hier, das ist der deutsche Community Manager, der hier auch mit diskutiert, ihr seht das gerade in diesem Moment, wo sind die Gangs, was bitte, hä, okay, ähm, ja, oder schreibt es wie gesagt einfach in die Kommentare, ich versuche darauf zu antworten, habt noch einen schönen Tag, ich wünsche euch was, Adieu, Au revoir, Ciao.